Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst dicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. Wir gehen hoch. Dann kommt man vermutlich raus. Jetzt lauf einfach weiter. Immortalisiert. Sie hat zwei Männer getötet. Verstanden. Oh mein Gott. Tess. Tess. Oh, mein Mann. All right. Ron. Don't run. Ah? Ah. Ah! орings Rollsと思った. Lions want. Oh mein Gott! Ah! 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 Torhalle, außen rum. Was machen wir? Joel? Ich hab es. Suchen wir den Flur ab. So, da drüben nachschwingt. Ich hab nicht viel. Er ist verdammter. Sieh ich weiter zurück, was jetzt darf Ich lef mich dann an dich ran Jetzt bleib doch mal stehen, du Bastard Diegge Deckung, Junge, Deckung. Noch steckt dir, Pastor, oder? Noch steckt dir. Da ist einer. Noch steckt dir, Pastor, oder? Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Da ist einer. Oh, die ist. Oh, das ist jetzt. Dreckung. 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 Das ist wirklich so kass. Ach, schreckst du, Bastard. Lecker. So ist es. Das waren doch noch lange nicht alle. Ich kenne doch die Typen. Bleib bei mir. Na los. Nur drei? Ernsthaft? Was für eine magere Ausbitte. Ich hätte gern was zum Essen gehabt, wenn ich ja nicht bin. Na gut. Mal durchladen. So. Na komm, Schoffer. Das will keiner. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Okay. Wir müssen durch den Gang. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie viele es sind. Mindestens ein Messer. Warte, man kriegt den von da mit mir. Ich habe nicht auch nicht gehört. Dreck. Und da? Okay. Okay. Missed. Oh, ja, das war so klar. Oh, okay. Damn bastard. Das ist jetzt mal ein Midi-Pack. Das geht's nicht. Greif in dir, greif in dir. So. Das ist glaube ich weniger. Headshot. Headshot. Oh, man. Oh, man. Oh, die Aktion war ein schlechtes Modell eingegriffen. Die Aktion war genial. Oh, verdammt war das eine perfekte Geschichte, ey. Oh, das Ding war ganz gut, dass man das rumhaut. Das Medi-Pack. Oh, verdammt war das eine perfekte Geschichte. So, wie viel haben wir jetzt noch? Da haben wir einen. Guck mal, wer den von da kriegt. Nein. Mann, beweg dich nicht so schnell. Verdammt, ich hab ihn nicht erwischt. Rick. Wo steckt die beiden? Hey. Das ist gut geschützt. Ich sag nichts für mich. Aua. Also. Der müsste jetzt auch... Ey, du lebst immer noch. Das ist dufe Nerven, ey. Das war schon der dritte oder vierte Headshot. Oh Gott. Gestärme. Oh, du... So, ich glaub, der hat ihn jetzt gekillt, oder? Mäßig, ich hab kein Ding mehr. Wo bist du, verdammt? Was soll das denn? Scheiße. Ich sch partido das. Joo. Ei. ab und so sind so und mit dem Weg verschwinde ich nicht okay wir haben sie alle erledigt gehen wir das war jetzt die Sache bleib unten Richtig, jetzt kommt er dann die nächste Ding. Kein Ziel, wiederhole es, kein Ziel. Da drüben ist ein Soldat. Herr Sanken, Stellung rein kannst du das verdammte Zorn einatmen. Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Wir sollten sie flicken und abhauen, bevor Klicker kommen. Verflucht. Das heißt so, dass du atmest, dem ich hätte gehört. Ich würde jetzt nur los-schmutz mich ein bisschen schleichen. So, andere. So, auf die Hand. So, hat mich der Typ gesehen, ey. Das ist Ali? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, das ist die gute Ali. Wo ist der Rest der Poker? Wo sind die Asis? Kommt so. Kommt so, damit ich dich im Nahkampf, damit ich dich als Geißel nehmen kann und dann zum anderen gehen, den abknallen und dann dich abknallen. Von wo? Da hinten, der ist auch. Hm. Oh, das ist toll. Oh, das ist toll. nicht mehr wer auch zu schön gewesen um wahr zu sein nicht nur Medipack verwenden müssen da ist